Yo, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten, Division-Vorschau, NFC North am Start. Wir haben jetzt schon einige gemacht, ich glaube es fehlen noch vier, drei, irgendwie sowas. Wie gesagt, mal gucken, ob ich die noch mache oder mal gucken, ob nicht. Ich kann nichts versprechen, aber was ich euch versprechen kann, ist, dass wir heute mit der NFC North am Start sind. Heißt, wir reden über die Bears, Vikings, Packers und Lions. Ist natürlich die Division von meinem Lieblingsteam, deswegen ein bisschen was Besonderes für mich. Ich versuche, so wie immer, so neutral wie möglich zu sein und auch nicht, wozu ich manchmal neige, in die andere Richtung, um zu schwappen, schwanken und zu negativ zu sein bei den Lions. Aber wie immer ist euer Feedback da greatly appreciated, also lasst mich wissen, war ich zu streng mit den Lions, war ich zu sehr Lions-Fan, was auch immer. Wir fangen an mit der Offense und wir reden zuerst über die Bears. Bears ist letztes Jahr die 23 beste Offense in der Liga gewesen, nach Punkten pro Spiel und nach Yards pro Spiel. Nur die 28 beste, was auch immer. Man könnte auch sagen, die 5 schlechteste, aber auf jeden Fall war das nicht so gut. Die verlieren David Montgomery als ihren Running Back Nummer 1, aber gerade jetzt zur Zeit, wo beim Running Back der Trend ja eher dahin geht, dass man sagt, er ist vielleicht nicht so wichtig, es sei denn, er ist ein absoluter Superstar. Aber eventuell wird sich das als nicht allzu schlimm herausstellen. Dafür neu dazugekommen im Draft Offensive Tackle Daniel Wright und DJ Moore, Wide Receiver per Trade. Denkt dran, ich rede nicht über alle Neuzugänge und Abgänge, sondern habe mir immer nur ein, zwei wichtige rausgepickt. So, Bears Offensiv habe ich mir als Stärken auf jeden Fall DJ Moore Daniel Mooney angekreuzt, schon wieder angekreuzt, damn it. Markiert, Daniel Mooney ist jetzt in einer wieder besseren Rolle für ihn, rutscht in diese Nummer 2 Rolle. DJ Moore ist ein klarer Nummer 1 Receiver. Dahinter flacht es da ein bisschen ab, da hast du ein paar interessante Leute immer, aber letztendlich ist es nicht mehr so krasser Value, würde ich sagen. Ich habe mir Koke Matt noch als Stärke markiert, das war gerade so. Also, er ist ein guter Talent, das steht außer Frage, aber ich weiß nicht, ob er wirklich so ein guter Talent ist, dass man ihn als Stärke markieren kann, oder ob man einfach sagt, er ist ein guter Talent. Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, ihn als Stärke zu nennen, weil ich denke, dass er gerade auch für die Offense, für Justin Fields wichtig sein wird. Als Schwäche habe ich eher so die linke Seite der O-Line ein bisschen ausgemacht, rechte Seite hätte ich beinahe sogar noch eine Stärke genannt mit den beiden Neuzugängen, aber links und inklusive Cody Whitehair in der Mitte, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir gehen zum nächsten Team. Nächstes Team sind die Vikings. Letztes Jahr die 8 beste Offense nach Punkten pro Spiel und die 7 beste Offense nach Yards pro Spiel gewesen. Verlieren Adam Thielen, Devin Cook. Zwei Leistungsträger, die aber beide letztes Jahr gerade jetzt nicht so wichtig waren, wegen Alter, wegen Verletzungen vielleicht. Und deswegen sind das an sich Abgänge mit dicken Namen, wo man jetzt aber sagen kann, okay, im Vergleich zum letzten Jahr wird das wirklich krass wehtun, vermutlich nicht. Dafür kommt neu dazu Jordan Addison und das ist auch einer der Gründe, aus denen ich denke, dass der Adam Thielen Abgang nicht so fatal sein wird. Wenn man mich jetzt fragen würde, nicht mal nur für die Zukunft, weil Addison natürlich viel jünger ist, sondern nächstes Jahr willst du lieber Adam Thielen haben oder willst du lieber Jordan Addison haben, würde ich vermutlich schon direkt Addison sagen. Also vermutlich ist das ein kleines Upgrade. Bei den Vikings Offensiv habe ich sehr, sehr viele Stärken aufgetan. Deswegen reden wir vielleicht erstmal über die Schwachstelle. Das ist für mich die Interior, äh, Interior D-Line in der Offense, genau. Interior O-Line, also Guard Center Guard. Ich glaube, im Running Game wird es gar kein Problem sein, aber Pass Protection ist da auf jeden Fall ein Problem. Und das könnte den Vikings auch dieses Jahr wieder ein bisschen schaden und ein kleines bisschen ausbremsen. Gerade wenn man sich in der NFC anguckt, dass du schon gegen teilweise gute bis sehr, sehr gute D-Lines spielen musst, nicht unbedingt in der Division, aber wie gesagt, in der Conference, wenn es dann um die vermutlichen Playoffs-Spiele geht, wenn du dann da Vikings, äh, Vikings, meine Fresse, Cowboys, Eagles, 49ers, 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 das könnte dann wirklich schwer sein. Gut ist dafür, dass die beiden Outside-Spieler in der O-Line, also die beiden Tackles, dass die vermutlich eine ziemliche Stärke sind. Genauso wie die beiden Receiver. Justin Jeffers ist natürlich einer der besten Receiver der NFL. Jordan Addison habe ich auch direkt als Stärke markiert, macht das eigentlich nicht so gerne bei Rookies, aber hm. Und, äh, TJ Hawkinson natürlich auch noch. Bei Kirk habe ich drüber nachgedacht, habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, der ist einfach gar nicht markiert. Aber insgesamt sollte das auf jeden Fall immer noch eine starke Offense sein für die Minnesota Vikings. Lions, nächstes Team. Lions, letztes Jahr tatsächlich die fünftbeste Offense nach Punkten pro Spiel gewesen und die viertbeste Offense nach Yards pro Spiel. Ähm, auch lange her, dass ich sowas sagen konnte. Die Andre Swift ist weg und DJ Shark ist weg, also ein Running Back und ein Wide Receiver. Dafür neu dazugekommen David Montgomery, über den wir eben geredet hatten und dann im Draft natürlich auch noch Jameel Gibbs, sehr, sehr früh. Also eventuell sogar trotzdem ein kleines Upgrade auf Running Back, aber wer weiß das schon. Ich habe hier nicht wirklich eine Schwäche gefunden in der Starting Offense. Ähm, ich habe Amon Ra als absolute Stärke markiert, dann die komplette O-Line, abgesehen von der Right-Guard-Position, egal ob da dann am Ende Graham Glasgow oder Halapulivati Vaitai spielen wird. Das ist so ein bisschen der eine Einknick an der O-Line. Ansonsten sage ich mal, du hast mit Frank Ragnall und Jonah Jackson zwei, ähm, oder beziehungsweise alle anderen O-Liner waren schon Pro-Bowler, beziehungsweise Pro-Bowler und All-Pros in der Vergangenheit. Also das ist definitiv eine der besten Offensive Lines der Liga, wenn sie denn fit bleiben kann. Was für mich eine Schwäche in der Offense ist, das konnte ich jetzt hier nicht so gut markieren, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die Receiving Options sehr, sehr, äh, das ist eine Masse auf einem ähnlichen Level, gerade wenn man jetzt Jameson Williams auch noch rausrechnen muss, der die ersten sechs Wochen fehlen wird. Und in der einen Woche, die Amon Rahn nicht mittrainiert hat, bei den Camps, bei den, ähm, Trainingscamps, wo die das zusammen gemacht haben, weil er sich verletzt hat, da hat man dann deutlich gesehen, whoops, wenn Amon Rahn nicht da ist, dann ist auf einmal auch die Starting Offense ein deutlicher Schritt schlechter. Und ich glaube, das kann definitiv eine Schwäche sein. Nicht mal nur unbedingt, falls er sich irgendwann verletzt, sondern noch einfach, falls man irgendwann ein richtig dummes Matchup hat und einen Slot-Corner hat, der nächstes Jahr geisteskrank gut spielt und der Amon Rahn komplett aus dem Spiel nimmt. Ich weiß nicht, ob die Lions Offense dann einen großen Schritt zurücknehmen wird, aber es ist sehr schwer, das alles einzuschätzen, weil wir die Starter halt gar nicht gesehen haben in der Preseason. Insgesamt trotzdem eine verhältnismäßig starke Offense, muss ich sagen. Natürlich auch, weil man nicht viel verloren hat zum letzten Jahr und die letztes Jahr auch schon sehr, sehr gut war. So, letztes Team, von dem wir uns die Offense noch angucken, sind die Packers letztes Jahr die 14. beste Offense nach Punkten pro Spiel gewesen und die 17. nach Yards pro Spiel. Also ziemlich genau Bang Average irgendwo in der Mitte. Verlieren Aaron Rodgers natürlich, der vermutlich schwerwiegendste Abgang von irgendeinem Team dieses Jahr und Alan Lazard auf Wide Receiver, der mit Aaron Rodgers ja mehr oder weniger mitgegangen ist oder viel mehr andersrum, aber was auch immer. Luke Musgrave kommt neu dazu als Tight End, auf den ich sehr gespannt bin. Auch bei den Packers habe ich nicht wirklich eine Quote-on-Quote-Schwäche gefunden, die ich mir markieren konnte, sondern ein paar Stärken. Aaron Jones ist natürlich eine absolute Stärke. Ich habe bei Christian Watson noch davon abgesehen, den als Stärke zu nennen, aber er ist nicht weit davon weg. Und dann ist hier die linke Seite der Line, einschließlich Josh Myers auf Center, ist für mich eine absolute Stärke. Also wenn du Jenkins, Bakhtiari und Myers dir anguckst, war auch blöd das jetzt von Gar-Tackle-Center, aber egal. Das ist eine absolute Stärke. Rechte Seite dann vielleicht eher ein kleines Fragezeichen noch, aber definitiv auch nicht schlecht genug, Entschuldigung, für eine wirkliche Schwäche. Hier auch ähnlich wie bei den Lions. Ich glaube, wenn Christian Watson weg ist, kann es dahinter ein kleines bisschen schwer sein, dass sich so eine wirkliche Top-Option herausstellt bei den Receiving-Options, auch wenn Jordan Love, der jetzt der neue Quarterback ist, natürlich eine ganz gute Connection mit Romeo Dubs zu haben scheint. Abgesehen davon weiß ich nicht, wie es so wirklich aussieht dahinter. Und dann natürlich noch Luke Musgrave, Tucker Craft. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die beiden sich machen in der ersten Saison jetzt mit John Love, in der ersten Saison mit den Packers, in der NFL, bla bla bla. Insgesamt meine Reihenfolge in der Offense. Ähnlich wie es letztes Jahr am Ende ausgegangen ist, ich switche vorne Minnesota und die Lions. Das heißt, ich sage auf 1 ist Minnesota, auf 2 Detroit, auf 3 Green Bay und auf 4 dann Chicago. Ich glaube nach wie vor, dass die Lions und die Vikings die besten Offenses in der Division haben werden. Das, was ich eben gesagt hatte mit den Receiving-Options, dass ich mir da ein kleines bisschen Kopf mache, das gibt dann, oder das sorgt dafür, dass die Lions hinter den Vikings sind. Was auch damit zu tun hat, dass ich glaube, die Vikings können besser von hinten spielen, mit einem Rückstand, besser mit einer Pull-and-Passing-Offense agieren. Aber ich glaube, die beiden könnten sehr eng beisammen sein. Packers ganz schwer einzuschätzen, wegen John Love natürlich. Und Chicago sollte sich mit den neuen Waffen jetzt definitiv verbessert haben. Aber es ist halt auch das erste Mal und dementsprechend die erste wirkliche Möglichkeit, sich das anzugucken, dass wir Justin Fields mit ordentlichen Waffen sehen. Und jetzt wird es halt eine sehr, sehr wichtige Saison für ihn, für seine Evaluation, für seine Wahrnehmung in der NFL und so weiter. Ich glaube, dieses Jahr reicht es erstmal noch nicht, um wirklich vorne anzugreifen. Also nochmal von vorne bis hinten habe ich Vikings, Lions, Packers und dann ganz hinten die Bears. So, Defense, fangen wir auch wieder an mit den Bears. Bears waren letztes Jahr nach Punkten pro Spiel die schlechteste Defense der NFL und nach Yards pro Spiel die 29-Beste. Also die drittschlechteste war echt nicht so gut. Aber wenn wir uns hier die ersten drei Teams, über die ich gleich reden werde, einfach nur mal die Zahlen, die irgendwie in den Raum geworfen werden, sind gleich 32, 29, 30, 31, 28, 32. Also wir hatten drei sehr, sehr schlechte Defenses, alle in der gleichen Division letztes Jahr, was natürlich interessant war, weil es für viele Punkte gesorgt hat, gerade bei zwei der Teams, die eine sehr gute Offense und eine sehr schlechte Defense hatten. So, Bears auf jeden Fall verlieren. Nicholas Morrow ist so ein eh Ding. Neu dazugekommen dafür, Free Agency, Tremaine Edmonds und EJ, EJ? TJ Edwards, ich habe EJ aufgeschrieben, weiß auch nicht warum. Also ja, zwei neue Linebacker für die Bears. Wenn ich mir die Bears Defense angucke, habe ich relativ viele, die einfach gar nicht markiert sind. Ich habe mir die Interior D-Line ein kleines bisschen als Schwäche angekreuzt. Justin Jones, Andrew Billings, bin ich mir nicht sicher, wie das funktionieren wird. Und dafür als Stärke, drei Viertel vom Starting Base Defense, äh, Defensive Backfield, haben wir Jalen Johnson, Jaquan Brisko und Eddie Jackson, die ich mir alle drei als Stärke markiert habe. Kyler Gordon noch nicht, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Set für eine, wie gesagt, Base Defense, die heutzutage nicht mal mehr wirklich eine Base Defense ist, weil eigentlich fast jede Base Defense eine gesuppte Defense ist mit noch einem Defensive Back mehr. Ja, aber ist auch egal. Ansonsten, ich bin mir sicher, manche würden vielleicht bei Tremaine Adams noch für Stärke argumentieren, weiß ich nicht. Da ist deutlich mehr Hype als wirklich Produktion. Bisher habe ich ja auch schon viel drüber geredet in der Offseason jetzt. Mal gucken, wie das Ganze aussieht in der jetzt prominenteren Rolle bei den Bears. Man hätte noch drüber nachdenken können, die, ähm, Defensive Ends irgendwie zu betiteln, aber da wüsste ich nicht mal mehr, in welche Richtung jetzt vermutlich mehr von euch das sehen würden. Würden mehr von euch sagen, Yannick N'Garquay und Demarcus Walker sind eine Stärke? Oder würden mehr von euch sagen, die sind eine Schwäche? Deswegen habe ich die am Ende einfach gar nicht markiert. Und ja, Bears Defense, ähm, ist eine absolute Wundertüte. Ich glaube, die werden ganz gut sein. Jetzt nicht eine absolute Top-Defense, aber mit so einem starken Defensive Backfield, das ist schon mal schwer dagegen zu spielen. Äh, uh, jetzt hätte ich fast aufgehört zu reden, aber ich cutte ja gar nicht. Huch! Nächste, Nächste, ich wollte gerade noch sagen, hm, da hatten wir ein Beispiel letztes Jahr bei den Jets und dann im Denken, dass ich das sagen könnte, ist mir eingefallen, nee, das ergibt gar keinen Sinn, weil die Jets letztes Jahr auch eine sehr starke D-Line hatten. Deswegen ist das nochmal ein Level drüber und dann habe ich zu viel gedacht und habe mich komplett aus dem Reden gebracht. Nächstes Team auf jeden Fall über das wir reden sind. Die Vikings hatten letztes Jahr die 30-Beste, also die drittschlechteste, Defense nach Punkten pro Spiel und nach Yards pro Spiel waren sie auf 31, also sogar die zweitmeisten Yards zugelassen. Verlieren in der Mitte von der Defense im ersten und zweiten Level Devin Tomlinson und Eric Kendricks. Neu dafür dazugekommen natürlich Byron Murphy auf Cornerback, Cornerback Nummer 1 relativ unumstritten direkt und Marcus Davenport auf Defensive End. So, ansonsten habe ich mir bei den Vikings sehr, sehr viel noch als Schwäche markiert. Die einzigen Stärken, die ich mir wirklich aufgeschrieben habe, hier sind die Neil Hunter und Harrison Smith. Ansonsten habe ich ein riesengroßes Fragezeichen mit der restlichen Secondary. Also, selbst Murphy, der, wie gesagt, als Nummer 1 reinkommt, weiß ich nicht so genau, ob das ein krasser Starting Corner ist in der NFL. Bei einem Evans weiß ich nicht. Marcus Davenport bin ich nicht der größte Fan von. Jordan Hicks ist vermutlich ganz, ganz gut. Weiß nicht, warum ich mir den gemarkiert habe. Brian Asamoah auch. Da ist, glaube ich, einfach nur mein Bereich zu weit nach oben gerutscht. Das ist Quatsch. Und Interior D-Line bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Das ist so stabil, aber ist es gut genug, um da wirklich was zu reißen. Also, das ist einer der wenigen Momente, wo ich sage, wir hatten letztes Jahr eine sehr schlechte Defense und ich würde jetzt nicht mal sagen, die hat sich krass verbessert. Normalerweise ist es in der NFL häufig so, wenn du eine schlechte Positionsgruppe hast oder vor allem auch eher eine schlechte Unit, also Defense, Offense, bla bla bla, irgendwo bei irgendeinem Team, dass es meistens eine Baustelle ist und zur nächsten Saison deutlich angegangen wird, dass man in den meisten Fällen zumindest vor der Saison auf dem Papier sagt, oh, deutlich verbessert. Weiß ich nicht unbedingt bei den Vikings jetzt, wenn wir da sind. Nächstes Team, Lions, waren letztes Jahr die 28 beste Defense, also natürlich gab es auch wieder nur vier schlechtere nach Punkten pro Spiel und nach Yards pro Spiel waren sie sogar die allerschlechteste, Rang 32. Verlieren das schon, Elliott, holen neu dazu CJ Gardner-Johnson, womit nicht so wirklich jemand gerechnet hatte, ich auch nicht und dann im Draft natürlich noch Jack Campbell, wenn ich da noch einen dritten hätte nennen können, hätte ich noch Brian Branch genannt, der starten wird, aber ja, so, wenn ich mir jetzt hier das Depth-Shirt angucke von ESPN, ist es natürlich so, wie bei vielen anderen Teams, bloß, dass es mir hier mehr auffällt, weil ich da mehr drin bin, dass da einfach viele Fehler noch mit dabei sind, so, das ist nicht unsere, unsere Starting Defense, das ist nicht mal das Personnel, was wir in unserer Defense benutzen und das ist ein bisschen traurig, aber na gut, als Stärken habe ich mir hier Jack Campbell markiert, ich glaube, der wird direkt starten, auch wenn es noch so ein bisschen gemacht ist, von wegen, oh nein, Derrick Barnes spielt auch gut und da musst du noch dran vorbei, aber die anderen beiden Linebacker habe ich mir auch direkt als Schwächen markiert, Alex Anzalone und Derrick Barnes, die haben irgendwie jedes Jahr, dass sie jetzt hier so ein bisschen Trainingscamp-Hype gehabt und jedes Jahr bin ich drauf reingefallen und gedacht, oh ja, die sind doch stabil und jetzt sind die besser und dann werden die mal in den ersten Spielen direkt ausgenutzt, also I don't know, die habe ich mir als Schwächen markiert, genauso wie Outside Corner, der vermutlich starten wird, Jerry Jacobs, weil Emmanuel Mosley vermutlich noch nicht fit sein wird für Woche 1, was ich sehr schade finde, ich mag Jerry Jacobs sehr, der war ein Undrafted-Free-Agent, hat sich ins Team gearbeitet und für einen Undrafted-Free-Agent in der NFL, für einen Undrafted-Free-Agent, selbst für einen, der einen Starting-Job hat, spielt er sehr gut, insgesamt kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es noch eine Schwäche ist, Safety ist dafür beide eine Stärke, Kirby Joseph, der Albtraum von Aaron Rodgers und CJ Gardner-Johnson und dann habe ich mir in der D-Line noch Aiden Hutchinson und Ali McNeil angekreuzt oder am, fuck, markiert als Stärke, das heißt jetzt hier habe ich glaube ich fünf Stärken, drei Schwächen und dann dazwischen halt noch ein paar, die nicht unbedingt in die eine oder andere Richtung gehen, im Gegensatz zu den Vikings gehe ich davon aus, dass die Lions-Offense verbessert sein wird im Vergleich zum letzten Jahr, vielleicht auch sogar deutlich, was aber auch ein bisschen unfair ist, weil man, wenn man sich den finalen Rang anguckt, dann sieht es schlechter aus, als es eigentlich über die zweite Saisonhälfte war, einfach nur, weil sie in der ersten Saisonhälfte so extrem schlecht waren, also alles ein bisschen schwer einschätzbar. Letztes Team, was wir uns angucken, ist die mit Abstand beste Defens gewesen in der Division letztes Jahr, das sind die Packers und selbst die waren nicht richtig gut, die hatten sowohl nach Punkten als auch nach Yards pro Spiel die Nummer 17 Defens in der NFL, aber wenn die nächste nach Punkten halt auf 28 kommt und nach Yards sogar auf 29, dann ist es halt auch nicht schwer, die beste Defense in der Division zu sein. Die verlieren Adrian Amos, Jaron Reed, Jaron Reed übrigens immer noch ein Penner aus Woche 18 und holen dafür neu dazu Lucas Van Ness im Draft, wo ich ja auch eine sehr starke Meinung hatte und extrem drauf gespannt bin. Als Stärken in der Defense, ich glaube, ich habe mir auch, ja genau, auch 5-3 markiert, das ist genau wie bei den Lions. Stärken habe ich Kenny Clark, Preston Smith, Devon Ray Campbell und Richard Gary und Jay Alexander. Hätte beinahe noch Quay Walker genommen, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Als Schwächen TJ Slayton, Rudy Ford und Rasul Douglas und bei Rudy Ford und Rasul Douglas könnte man sogar drüber diskutieren. Da bin ich mir einfach wirklich ein bisschen unsicher und denkst, ah, das in der NFL weiß ich nicht genau, ob das jetzt so das Alleridealste ist. Aber wenn Packers Fans das anders sehen, könnte ich das auch irgendwo verstehen und einsortieren. Also ja, ich glaube, die Defense wird ungefähr ihr Niveau halten und das Gute an ihrer Schwäche, Schwäche ist für mich die Secondary, aber das Gute daran, dass das die Schwäche ist, ist, dass du da halt immer noch einen der besten Cornerbacks der NFL so drin hast. Also ich müsste eigentlich sagen, eine der Schwächen der Packers ist die Secondary um Jayar Alexander rum. Aber er ist halt immer noch da, was definitiv hilft, die Schwäche zu kaschieren und was, oder er ist auch ein Spieler, der definitiv manchmal gut genug ist und manchmal eine krasse Tagesform hat und einen absoluten Top-NFL-Receiver einfach rausnehmen kann. Also auch wenn es letztes Jahr nicht so geklappt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist absolut nicht utopisch, dass er in einem Spiel gegen die Vikings zum Beispiel so gut spielt und Justin Jefferson komplett rausnimmt und das ist halt sehr, sehr wichtig zu haben in der Defense. Wenn wir uns hier das Ranking angucken, sehen wir, dass die Packers auf 1, sind die Lions dahinter auf 2, dann die Bears auf 3 und Minnesota Vikings auf 4. Ich glaube, bevor jetzt anfangen zu diskutieren, bei 2, 3, 4, das ist so eng zusammen. Also ich glaube, Chicago und Lions könnten noch sehr, sehr eng zusammen sein. Ich glaube wirklich, Minnesota wird keine gute Defense haben dieses Jahr. Ich glaube insgesamt, sowohl die Lions als auch die Bears als auch die Vikings, wenn alle keine gute Defense haben. Aber ich glaube, die von den Lions und von den Bears wird akzeptabler sein als das von den Vikings. Ich glaube nicht, dass die Packers eine Top-10-Defense haben auf einmal. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne machen, nächstes Jahr vielleicht die 13 oder 14 beste Defense nach Punkten pro Spiel haben oder sowas. Aber ich glaube wirklich, die anderen drei waren letztes Jahr so schlecht, dass man dann eine Offseason nicht so krass viel hinkriegen kann, selbst wenn man absolute Difference-Maker in der Free Agency holt, wie die Bears vermutlich denken, dass es Jermaine Edmonds ist oder die Lions-Fans denken, dass es C.J. Garner-Johnson ist. Ich glaube, das reicht trotzdem nicht, um da wirklich ranzukommen. Also nochmal, meine Reihenfolge ist Green Bay auf 1, Detroit auf 2, Chicago auf 3 und Minnesota auf 4. Coaching, auch super interessant in der Division, auch wenn sich da nicht so viel getan hat. Ich glaube, wir haben nur einen neuen Koordinator, keinen neuen Head Coach in der Division und alle Offensive-Koordinator zum Beispiel gehen ins zweite Jahr. Also super, super witzig. Bei den Bears ist es nach wie vor Matt Iberfluss als Head Coach, Luke Getzey als Offensive Coordinator und Alan Williams als Defensive Coordinator. Ist ehrlich für mich alles noch viel zu früh, gerade bei den dreien, um da wirklich was mitzumachen. Gerade Matt Iberfluss steht vor einer richtig wichtigen und wegweisenden Saison jetzt mit den Waffen für Justin Fields und mal gucken, was man daraus machen kann. Er und Getzey geht zusammen natürlich, aber insgesamt trotzdem kein großer Fan vom Coaching Staff. Vikings haben Kevin O'Connor als Head Coach, Wes Phillips nach wie vor als Offensive Coordinator und da jetzt den einzigen neuen Defensive oder den einzig generell neuen Koordinator als Defensive Coordinator und das ist Brian Flores, von dem ich ein großer Fan bin. Der hatte ja diese, diesen Disput, sage ich mal, mit den Dolphins und war über die letzten Jahre ein Defensive Assistant und ich glaube Defensive Coordinator und Linebacker Assistant, was auch immer, auf jeden Fall Defensive Assistent bei den Steelers und jetzt wieder eine Koordinatorrolle gekriegt. Eine ganz, ganz andere Defense als das, was sie letztes Jahr gespielt haben. Das heißt, wenn die Defense von den Vikings jetzt nach oben geht, obwohl wie eben erwähnt, der defensive Roster eigentlich nicht krass viel besser ist, dann kann man da auf jeden Fall relativ direkt Brian Flores für danken. Lions haben Dan Campbell, einen der jetzt auch inzwischen gehyptesten Head Coaches, was auch mehr mit seiner Personality zu tun hat als wirklich mit der Performance des Teams würde ich denken. Trotzdem besser Mann. Offensive Coordinator Ben Johnson war einer der gefragtesten Namen, was jetzt darum, oder wenn es darum ging, neuen Head Coach zu holen. Diese Offseason hat sich dagegen entschieden. Bleibt bei den Lions als Offensive Coordinator letztes Jahr mit eigentlich nicht einem wirklich krassen Roster einen sehr, sehr guten Job gemacht. Mal gucken, ob es dieses Jahr halten kann oder ob er sich einreiht in diese Reihe von One-Year-Wonder-Koordinatoren. Defensiv ist es Aaron Glenn. Ich glaube, ihm ist viel zuzuschreiben, wenn es darum geht, wie die Defense sich geswitcht hat, wie sie sich anders aufgestellt haben und wie die letztes Jahr von einer historisch schlechten Defense schon wieder in der ersten Saisonhälfte auf eine akzeptable Defense in der zweiten Saisonhälfte gekommen sind. Packers haben nach wie vor Matt LeFleur als Head Coach, nach wie vor Adam Stanovic als Offensive Coordinator und als Defensive Coordinator Joe Barry, der ja auch ein bisschen gehypt wird und ich sag mal, so eine Light-Version als Defensive Coordinator ist von dem Hype, den Ben Johnson bei den Lions als Offensive Coordinator kriegt. Also auch da muss man einen Credit für geben. Ranking bei den Coaches ist immer so eine schwierige Sache. Ich habe letztendlich die Vikings auf 1, die Lions auf 2, die Packers auf 3 und die Bears auf 4 schon wieder, so wie wir es auch bei der Offense hatten. Ich mag, was Kevin O'Connor gemacht hat mit der Offense, natürlich und ich bin Fan von Brian Flores, deswegen die Vikings auf 1. Lions haben eine bessere Offense aufs Feld gebracht als das, was sie eigentlich hätten aufs Feld bringen sollen. Deswegen gebe ich da Punkte für den Coordinator und Defensive Coordinator, wie gesagt, der Umschwung, da gebe ich Punkte für. Green Bay und Chicago sind beide super schwer für mich einzuschätzen, weil Iberfluss mit Justin Fields noch nicht wirklich Waffen hatte im Team, deswegen da, habe ich vorhin erwähnt, jetzt die erste Saison, um ihn wirklich richtig eintratzen zu können und was noch viel, viel interessanter ist, Matt LeFleur. Ich habe die ganzen letzten Jahre immer schon gesagt, ich kann ihm noch nicht so wirklich seinen Credit geben als Head Coach, was er natürlich alleine vom Record her und so schon verdient hätte, weil er die ganze Zeit Aaron Rodgers hat und man weiß jetzt nicht so genau, okay, ist das Aaron Rodgers oder ist das er? Jetzt dieses Jahr können wir das evaluaten und ich habe das die ganzen letzten Jahre immer schon gesagt, ich werde mir erst eine wirkliche Meinung zu erlauben, wenn ich ihn mal ohne Aaron Rodgers gesehen habe und jetzt ist das erste Jahr, wo wir das wirklich sehen können, deswegen super interessant, ich bleibe trotzdem bei meinem Ranking von wegen Minnesota auf 1, Detroit auf 2, Green Bay auf 3 und Chicago auf 4. Wir kommen zu meinem insgesamten Ranking und auch da ist es das gleiche gewesen, das heißt, ich habe nach wie vor wieder Minnesota auf 1, Detroit auf 2, Green Bay auf 3 und Chicago auf 4. Ich glaube, es ist sogar genau das Ranking vom Record des letzten Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Detroit und Green Bay hätten noch switchen können oder war Green Bay sogar vor uns? Nee, war nicht vor uns. Na, ist egal, auf jeden Fall ist es ungefähr gleich geblieben. Minnesota Floor und Ceiling ist für mich Ceiling bei 12,5. Ich glaube, wirklich besser wird es nicht. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass es ein Hauch besser war, glaube ich, waren die 13,4? Ich bin, ja, ich glaube, mit extrem vielen engen Spielen, die gewonnen wurden, was man natürlich auch im Nachhinein jetzt noch dem Coaching-Staff Credit für geben kann, was auch noch ein Argument gewesen wäre, die auf 1 zu haben, habe ich eben vergessen zu sagen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die eincrashen, dass die Defense zu schlecht ist, dass die Interior O-Line zu schlecht ist und dass die am Ende bei einem 8, 9 irgendwo landen. Für wirklich schlechter wird es nicht reichen, weil die dafür offensiv zu talentiert sind. Detroit habe ich tatsächlich genau gleich einen Floor, genau gleich einen Ceiling gegeben. Ceiling 12,5, besser wird es nicht, besser hält der Rosser auch einfach nicht her, selbst mit dem ganzen Hype, den Detroit zur Zeit kriegt. Man ist noch nicht wirklich da, man ist noch nicht ein Top-NFC-Team. Kann es passieren, dass man die Division gewinnt? Ja. Ist man, wie bei manchen Wettmachern, der Favorit auf die Division? Meiner Meinung nach nicht. Floor könnte immer noch 8, 9 sein, muss ich auch nicht argumentieren, kann relativ einfach passieren. Goff fällt wieder an alte Muster zurück, vielleicht ist Amon Ra ein, zwei Spiele verletzt, Klopp auf Holz hoffentlich nicht. O-Line wird nicht fit zu Ende spielen, Klopp auf Holz hoffentlich nicht und zack ist das Ganze auf einmal schon wieder viel, viel schlechter. Green Bay habe ich knapp dahinter, Green Bay gebe ich einen Zieling von 10, 7. Ich glaube 10, 7 und Playoffs ist so ein super Szenario für die erste Jordan Love Saison, für die erste Saison ohne Aaron Rodgers. Das kann schon sehr, sehr gut sein. Könnte vielleicht am Ende sogar einen Ticken besser sein, vielleicht ist 10, 7 ein bisschen konservativ geschätzt, aber ich glaube, ich glaube besser wird es nicht. Und 5, 12 wäre so wirklich der Floor, der Boden, das Worst-Case-Szenario für mich, wenn Jordan Love gar nicht funktioniert, wenn er mit den Receivern auf einem ganz anderen Level ist, wenn die Defense vielleicht ein bisschen einknickt, weil die auf einmal Jaren Reid in der Mitte fehlt und Adrian Ames im Backend und die Passing-Defense funktioniert gar nicht und so, dann könnte es auf dem 5, 12 hinauslaufen. Bei Chicago habe ich mich für 10, 7 auch entschieden, also gleiche, gleiche Ceiling wie Green Bay, wenn die Waffen einschlagen, wenn Justin Fields sein komplettes Potenzial entfalten kann, weiter auf dem Boden wirklich produktiv sein kann, durch die Luft jetzt auch noch dazu. Defense macht einen großen Schritt nach vorne, dann könnte das am Ende so eine 10, 7 und wir überraschen alle Leute Saison auslaufen. Floor ist für mich 4, 13. Das kann auch schneller gehen, als man denkt bei den Bears, gerade wenn die O-Line nicht gut steht oder wenn Justin Fields wirklich am Struggle noch ist mit dem Lesen und so weiter, wenn das nicht funktioniert, wenn er im Passing-Game, in der Produktion im Passing-Game, nicht von den Flash-Plays, die hat er immer, wenn er in Produktion und in den Endergebnissen vom Passing-Game nicht diesen Schritt nach vorne machen kann, dann könnte das düster werden und am Ende könnte das so eine 4, 13 Saison für die Bears werden. Aber das ist wie gesagt Worst-Case-Szenario. Nochmal meine Reihenfolge ist Vikings auf 1, Lions auf 2, Packers auf 3 und Bears auf 4. Hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!